Da war noch einer Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Radetz Ich heiße dich herzlich willkommen auf meinem Kanal Mit diesem Gameplay starte ich gleichzeitig ein neues Projekt Und zwar ist es ein Battle Royale Shooter namens Islands of Nine Das Spiel kurz erklärt In einem Raid sind insgesamt 50 Spieler und nur einer kann gewinnen Das heißt die Runde dauert so lange bis nur einer überlebt Ich habe eine schöne Runde aus meinem Stream rausgesucht für euch Und hoffe es wird euch gefallen Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's Okay Amy dann bis später Bis morgen Ciao Musst du arbeiten oder So was ist hier Gar nichts Ich wünsche dir noch viel Spaß und einen schönen Abend Ja ich wünsche dir auch auf jeden Fall Schönen Abend und falls man sich nicht sieht Noch ein schönes Wochenende Zum G-Suppressor Also ich brauche Waffen Waffen, 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 Waffen Sohle will ich nicht Jetzt nehmen wir mal die UMP Na Achso Ein Sniper Geil, 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 Geil Oh ich bin full, full equipped hier Cool Cool Der Desert Eagle Ähm ich würde sagen Ja okay wir sind eigentlich in der optimalen Position Musst du jetzt einfach nur gucken dass ich hier Besseres Zeug bekomme Ah komm Sohle habe ich Eine P90 Ich ziemlich mittig. Jump mal hier rüber. Nein, natürlich. So, hier das Ding hab ich schon. Pistol Suppressor. Den kann ich wegschmeißen. Den werde ich sowieso nicht benutzen. Oh, das ist nice. Das ist nice. Okay. Ja, wir müssen einfach nur abwarten jetzt, weil ich kann sowieso jetzt nichts machen. Ich bin genau auf der richtigen Stelle. Ich muss jetzt eigentlich nur abwarten und gucken, wo die Gegner herkommen. Plasma Field Paused. Next Safe Zone Indicated. Okay. Ich denke mal, die kommen eher von dort. Oh Gott. Eher von dieser Richtung hier. Warning. Plasma Field is now advancing. Avoid hazardous zone at all costs. Ich hoffe, ich übersehe keinen. Es ist immer das Schlimmste, wenn du einen nicht gesehen hast. Nicht. Nee, 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 nee. Nein, nee, 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 nee. Ich glaube, der ist noch gar nicht gefreut. Ja, ganz schön. Ich glaube, der wird auf jeden Fall geschossen. Und der wird auf jeden Fall geschossen. Vielen Dank. Ja, das ist schon praktisch, wenn man gar nicht laufen muss. Wenn man immer in diesem Kreis ist. Nur der Nachteil ist, man bekommt keine Kills. Zumindest jetzt. Jetzt muss ich laufen. Ja, das ist schon praktisch. The void has to be done with your cause. Yes, baby. Okay, da war noch einer. Boah, geil. Was war das denn? Oh, fuck. Ich muss laufen. Ich muss laufen. Ich muss laufen. Schade, ich kann die Typen nicht looten. Aber das war eine geile Runde. Die waren da alle irgendwie auf dem Haufen. Wieso auch immer. Plasma-Field paused. Next, safe zone. Indicated. Was? Okay, vier Leute noch. Also, das war eine geile Runde. No, nein. Ich muss auf den Haufen. Sanfte, fünf pushes. Die sindisch. Die sindisch. Die sindisch. Da war einer. Es sind zwei. Zwei habe ich gesehen. Könnte sein, dass das ein Team gewesen ist. Da wusser! Da wusser! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Plasma field paused. Next, safe zone indicated. Okay, dude. Man! Schade! Schade! Aber, ich war jetzt Dritter. Wenn du im Livestream zuschauen möchtest, kannst du mir gerne auf Twitch folgen. Der Link zu meinem Twitch-Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche allen einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao, Leute!